Was passiert mit mir? Oh, diese blauen Flammen sind das Zeichen eines fickenen Arschlochs. Habt ihr etwa alle davon gewusst, dass ich der Bastard eines Dämonens bin? Es gibt Dinge, die versteht man doch am Ende versteht man sie nicht. Dir muss endlich bewusst werden, dass die Dämonen es nur auf dich abgesehen haben. Endlich treffen wir uns, mein über alles geliebter Sohn. Ich werde ein Exorcist. Ich bin der Kopf des nabernischen Zweigesselsen in die Kreuzdinger. Den ich mir schimpfen will. Fuck! Ich will nicht, dass noch jemand wegen mir sterben muss! Bleib weg von mir, bitte! Ich sagte, bitte hilf mir! Du bist auch ein Dämon! Der ist mir nicht in den selben Topf wie dich! Du, warum hast du das gemacht? Wer ist hier ein Dämon? Ihr seid doch bei weitem dämonischer als ich! Ist das irgendwas mit Exorzisten? Oh, diese blauen Flammen! Sie sind das Zeichen deines fuckingen Arsch, Alter! Ich bin der Kopf der japanischen... Fuck! Like a sir! Fick dich, Naruto! Das ist auch scheiße! St Fick dich, chilling! Fick dich, gems